Die oberen Stockwerke wurden schwer beschädigt. Dort dürfte es keine Gegner mehr geben. Äußere zu vernichten. Aber die innere ist dann auch durchgedreht, oder wie? Wop, 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 was, was, was? Uuuh. Boah. Ja, Norik, du bist ein echter Spezialist. Ah. Ich will da das... Das Fass. Habe ich das jetzt erwischt? Ja. Aber irgendwo ist noch einer. Ah. Na. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ach, muss man gar nicht mehr aufgeladen. Ach so, der Zoom dort, der braucht ja auch. Äh, Hase. So, jetzt. Ha, ha, ha. Toll. Die oberen Stockwerke. Können mich mal. So, komme ich jetzt hier lang? Ha. Cool. Geheimnis gefunden. Uh, ha, ha. So, und jetzt wieder zurück. So, und jetzt komme ich da hin? Nö. Will ich auch gar nicht. Ich will hier übers Rohr. Oh. Schöne Scheiße. Boah, da springt man einmal einen Zentimeter zu weit. Ja, ja, ja. Komm, Norik, erzähl es mir. So, jetzt versuche ich immer nur Kopfschüsse hinzukriegen. So, da hinten ist noch einer. Mist, das war kein Kopfschuss. Aber das war einer. So, jetzt noch ihm checkt hier. Ach. Mist, der lebt noch. Och, ja, ich könnte ihn jetzt auch mit der anderen erledigen. Aber nö. Oder doch. So, jetzt wieder auf die Energy. So, und jetzt wieder hier rüber hüpfen. Hupp. Und wieder das einsammeln. So, also, und nochmal zur Story zurück. Wir sind die einzige Waffe, besser gesagt unser Verstand, gegen die innere KI. Da wir ja ganz viele KIs aufnehmen können und wahrscheinlich dadurch so schlau werden. Huch, hab ich jetzt die Waffe gewechselt? Ne. Und dadurch wahrscheinlich so schlau werden, dass wir einfach alles nie wieder machen durch unser Wissen, durch unseren Verstand. Hallo. Boah, was denn hier? Ich will hier raus, weg. Ah, hier, noch was einsammeln. So. Haben wir jetzt alle erwischt? Ja, sieht gut aus. Wechsel mal wieder auf die Smart Gun. Haben wir lange nicht mehr benutzt. Na dann. Gehen wir erstmal runter, weil wir ja eigentlich hoch wollen. Oder auch nicht. Geht's gar nicht hoch? Ach, es geht gar nicht hoch. Okay, da müssen wir ja runter, weil wir ja hoch wollen. Das ist natürlich schlau. So, aha. Kommen wir denn da irgendwie ran? Hey, da kommen wir doch sicherlich ran. Mann, ich will da ran. Komm, einmal probieren wir's noch. Kraxe, kraxe. Ah. Mann. Dann halt hier lang. Äh. Haben wir ein Déjà-vu, Mr. Fletcher? Das könnte eine unerwartete Komplikation sein. Oh. Okay. Das wird natürlich lustig, wenn wir dann wahrscheinlich gleich auf dem Dach gegen diesen riesigen Konstruktor kämpfen können. Oder Konstrukteur, oder wie das Ding hieß. Na toll. Na toll. Na? Tot. Sehr schön. Ach ja, die Smartgun. Wenn man die richtig nutzt, ist die eigentlich verdammt mächtig. Soll sehr wahrscheinlich auch sein. So, hier geht's jetzt weiter. Ach, und jetzt können wir wieder hoch. Den nächsten Fahrstuhl. Kommt jetzt wieder eine Zwischensequenz? Äh, sieht nicht so aus. Sind wir jetzt schon oben? Können wir jetzt schon gegen den Konstrukteur kämpfen? Na toll. Hoffen, da geht's ja kaum. Äh. Nicht wollen. Nicht mögen. Ah. Hier hinten geht's rum. Okay, schon mal alles merken. Ach, toll. Boah, jetzt schnippt doch mal. Ja. 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 Boah, die halten aber auch viel aus. Oh, Mann, oh, Mann. Äh, sind wir noch irgendwo rum? Au. Äh. Hallo. Leben. Da steht's ja. 38, 2 und tot. Äh, 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 äh. So. Ich will nur die Muni. Das Leben muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Das können wir nachher noch vielleicht gebrauchen. So, hier. Ah, sind wir noch gar nicht so weit. Ah, da kommen wir hoch. Ach, ne, da kommt die Treppe runter. Haben wir hier noch irgendwo was einzusammeln? Nö, ne, sieht nicht so aus. Haben wir relativ sauber gemacht, hier alles. So, jetzt können wir da oben noch die Nadelcredits vielleicht nehmen. Nö. Ach, jetzt ist auch die Leiter wieder hoch. Äh, toll. Wo ist da? Ach, da kommt er. Ich werde sie vorerst nicht weiter belästigen. Lösen sie das Problem auf ihre Art. Ja, toll. Was macht der da jetzt? Äh. Kann ich jetzt irgendwie was... Äh. Lass mir doch mal weg, dein blöden Laser. Au. 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 Was war das? Ich war ja innerhalb von fünf Sekunden tot. Na toll, das wird ja jetzt ein Spaß. Vielleicht... Ja, ja, ja. Du kannst hier schönen Sprüche klopfen. Vielleicht kann die Drecksarbeit machen. Okay, ja. Hier ist ein toller Laser. So, wo kommen jetzt die ganzen... Hier kommen sie an. Och, die kommen ja von überall. Boah. Alter, hört's mir doch auf. Boah. Boah, scheiße. Auch noch voll in die... In die Explosion gerannt. Boah. Alter. Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Wo kommen die nächsten Gegner? Achso, jetzt kann ich hier... Okay. Äh. Ah, jetzt muss ich hier... Na, komm. Äh. Ach, shit. Oh, Mann. Äh. Jetzt nehm ich mal die... Railgun hier. Au, 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 au. Bringt doch nix. Wer fällt dir denn aus? Ah, jetzt hab ich ein Bein abgeschossen. Oh. Wie? Das war's doch noch nicht. Der kommt doch bestimmt jetzt hier irgendwie hochgekrochen. Ach, na toll. Wie viele? Ach, hier sind jetzt hier irgendein... Da kommt einer mit nem Mörser auch noch unterwegs. So, zwei müssen ja reichen für den. Ne, doch nicht. Drei. Wir legen erst mal die hier mit den Mörsern. Und dann können Gorillas dran glauben. Ja. Ja. Wie viel Leben hat der denn? Nicht mehr viel. So, kommt der jetzt wieder hochgekrochen hier? Da hinten. Ah. Klasse. Ja. Er hat sechs Beine. Wie viel muss ich denn jetzt noch von ihm abschießen? Oh, nee. Jetzt ruft er wieder. Oh. Jetzt ruft er wahrscheinlich wieder ganz viele kleine Geschmeißtiere hier an. Oder? Ja. Oh. Oh, das ist eine Freude, echt. Oh, nein, ey. Boah. Alter. Alter. Oh, jetzt auch noch sein Laser. Echt toll. Oh, was? Das gibt's doch nicht. Boah. Muss ich jetzt komplett von vorne anfangen? Warum muss ich jetzt komplett von vorne anfangen? da muss ich jetzt komplett von vorne anfangen? Untertitelung des ZDF, 2020